willkommen zusammen zu einer neuen frage von ns 17 südhermann zusammen mit werner und randy hallo so ich bringe das ganze jetzt zu melzerei dann machen wir daraus die den den malz und dann können wir nämlich die bierproduktion schon starten weil da haben wir alles für also fehlt nur noch der malz dann dafür anska steht ein voller drescher am feldrand und wartet auf sich ja ja kommen sofort sonst haben wir noch einen auf dem hof nein wir haben nichts mehr auf dem hof ist alles alles belegt zwiebeln ja okay gut er kann aber abgefahren waren weil der ausfall jetzt auch voll der zwiebelanhänger ist schon voll ja 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 aber meine also da passt nicht viel rein also ich konnte nicht mal meine komplette maschine beim ersten mal entlernen aber war das jetzt wird es aber ein bisschen stressig jetzt ist viel zu tun auf einmal näher gar nicht also als wir eigentlich alles entspannt wir brauchen jetzt noch wasser hier für die Melzerei jetzt weiß ich nicht genau wie wir am besten organisieren Prozent an der wasser bringen ja das wäre super die Frage ist nur wo pack ich die Kartoffel aber die 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 will jetzt hin Aschmanns Lager ich weiß nicht was wir damit noch machen können ich auch nicht gucken und später da wollte ich noch mal anpflanzen das war anska so ich bin unterwegs ja so habe ich das auch noch anpflanzen habe ich es gesagt sind wir uns hundertprozentig sicher und wir sagen das jetzt nicht nur um von einer Person abzulenken ja ich merke das schon aber wie viel wird hier nicht angenommen kann man anpflanzen also geht das überhaupt du verwirrst mich grad ihr verwirrt mich aber aber wie würdest du es denn nennen anpflanzen das anpflanzen nein anpflanzen ist ja grundsätzlich schon richtig aber geht das im L.S. kann man die wieder anpflanzen so meine ich das ich glaube wir reden grad komplett aneinander vorbei ja das kann sein also ja man kann im L.S. Saatgut anpflanzen und wir haben damals ja auch die Zwiebeln angepflanzt ja ja das war deine das war deine Frage kann man die Zwiebeln anpflanzen ja man kann wir ernten sie ja grad oder meintest du jetzt können wir die abgeernteten Zwiebeln wieder neu anpflanzen ja so meine ich ach so nein ach so nein das geht nicht das dachte ich mir auch deswegen habe ich aber ich glaube der Kommentar war auch allgemein nicht zu verstehen deswegen musste er mich einmal aufklären was meint ihr jetzt eigentlich wieso war das jetzt genau lustig hier mit dem Anpflanzen ja ich hatte weil ich gesagt habe äh dass du gesagt hast wir sollen die Zwiebeln damals anpflanzen ja aber worauf bezieht sich das das bezieht sich darauf dass du das damals nicht gesagt hast sondern ich gesagt habe und Randy und Ike und jetzt eigentlich nicht einig waren dass du das gesagt hast aber wo wolltest du die denn anpflanzen wir haben grad Zwiebel geerntet okay ja so die hatten wir damals angepflanzt die hatten wir damals mit dem Saatgut das wir haben haben wir die in den Boden reingeknallt und die sind dann gewachsen so jetzt ist es prinzipiell nur darum gegangen dass nicht du das gesagt hast sondern ich das gesagt habe aber ich und Randy das jetzt so gedreht haben dass wie du das gesagt hättest okay 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 wer kam auf die Idee damals Zwiebeln anzupflanzen ja okay ist mir jetzt auch bewusst geworden okay da hatte ich wohl eine etwas lange Leitung das ist korrekt das ist korrekt bleib 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 bleibрав du bist mit Dings gefahren ne? mit GPS? GPS ist richtig ja Ganz geil, da wird ja die Partybeleuchtung angemacht hier. Ja. Da kennt er nix. Da kenn ich nix. War das das einzige Feld mit Zwiebeln? Ähm... Glauben nicht. Wo haben wir es denn? Fruchtsorte Kategorie 2. Doch war es. Ah ok. Dann zeigst du mir auf das schnelles Lager? Ähm... Hier vorne rechts. Ach... Gleich die Hütte bei dir oder was? Genau. Einfach rechts hier rein fahren. Nicht ins erste Tor, sondern in das Tor was zu ist, in der Mitte. Das geht von alleine auf. Ok, danke. Bitte. So. Wow. Wo hatten wir denn Wasser geholt, wisst ihr das noch? Gratis? Ne, das weiß ich nicht. Gratis glaube ich gar nicht. Doch, doch, doch. Glaub ich schon. Ne, am Hof. Quatsch, am Hof war doch irgendwo was. Hier vorne. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. An den Hydranten oder wie man es nennt. Genau. An den Hydranten oder wie man es nennt. Wer spielt eigentlich hier Feuerwehr, äh, hier Let's Play Dingens? Pfff. Viele. Unter anderem die Burning Gamers. Ach so. Ja nicht der Werner, ne? Irgendwie hab ich grad einen Schlag von rechts bekommen, ich weiß nicht warum. Hm. Klinken ist not so, äh, not so interessant. Scheinbar. Für manche. Das hab ich jetzt dieses Mal tatsächlich verstanden, dass, äh, wer da gemeint war. Aber ich habe versucht meine Wissenslücke mit dem Hydranten zu überbrücken. Ach so. Ja. Ja. So. Eine folgevolle Missverständnis hier irgendwie, ne? Aber sowas von. Ja. Ich kann lauter Fragezeichen ins Thumbnail reinmachen. Hm. Äh. Aber keine weißen. Ne. Keine weißen? Und kein Kalk. Ne. Weiß kein Kalk. Darauf bezogen. Ah ok. Wow. So. Ähm. Ich hab schon wieder vergessen für was das Wasser war. Für die Melzerei. Melzerei. Wo war die gewesen? Was ist denn? Unten. Hm. Hafen. Süd. Süd. Oh die ist ja ganz unten. Eieieieiei. Und rum. Und wenn da das Wasser ist, dann starten nämlich schon mal die Malzproduktion. Den Malz kamen wir dann rüber zur Bierproduktion und dann haben wir endlich das erste kühle Blonde. Hohoa. Ja. Da werden wir das ja mehr verwirrt. Am heutigen. Als wie wäre. Als wie wäre. Als wie wäre. Zum Beispiel. Ja das ist. Was ist das überhaupt für eine Form. Als wie. Entweder als oder wie. Ja. Grammatik. Ja. Bin das Nallenärer. Ist in Ordnung. Ist angekommen. Danke. Okay. Bitte. Die Kernaussage muss getroffen sein. Und die Worte getroffen. Okay. Und doppelt gemoppelt hätte sowieso auch besser. Muss getroffen sein? Jetzt verstehe ich es aber nicht mehr. Ja. Die Kernaussage muss getroffen sein. Ja. Man merkt die Gamescom schlaucht. Na. Nagt an uns allen. Schlauchen halt nicht. Ist halt immer nur scheiße wenn es vorbei ist. Merkt halt hier ein strenges Wochenende. Werden wir heute Montag? Nö. Vielleicht war euer Wochenende nicht ganz cool. Das ging hoch. Samstag hat dann wirklich vier, ne dreieinhalb Stunden heben gebrettet. Das ging aber eigentlich. Ja. Das ist dann aber bei dreieinhalb Stunden und knapp 500 Kilometern natürlich auch jetzt nicht eine 130. Also sprich das ist kein entspanntes Fahren. Es ist schnelles, zügisches Fahren. Also es ist halt kein entspanntes Fahren. Und ich hab da halt so die Angewohnheit auch wenn ich noch Beifahrer bin. Ich bin dann sehr konzentriert darauf. Was vor mir passiert. Und ja. Also per se. Das ist halt. Ich weiß nicht. Du wirst halt ne. Also deswegen. Das ist das was ich hier geschrieben hatte Ansgar. Du wirst halt wirklich so ne Woche mit tausenden Impressionen zugeballert. Weißt du. Und ja. Dann ist es halt vorbei. Und dann denkst du dir so. Dann hast du so 1, 2, 3 Tage wo du dir so denkst. Hm. Eigentlich scheiße. Und dann kommt halt der normale Alltag wieder. Also für mich ist es immer. Für mich ist es immer schwer. Auch die MTA die auch bloß 3 Tage lang ging. Danach ist halt immer erstmal so ne gewisse. Ich weiß halt doch nicht. Antriebslosigkeit. In einer gewissen Art. Keine Ahnung. Scheinbar für Leute die. Keine Ahnung. Das ganze Jahr überall rum kommen. Und hin und her. Für die ist das ja. Vielleicht was anderes. Aber dadurch ist es bei mir jetzt maximal eh oder zweimal am Jahr ist. Ist es dann halt irgendwie so. Also. Mit wegen. Ja. Bei mir ist tatsächlich heute der eine Tag. Bei dem ich irgendwie so. Bisschen. Wieder. So. Reinkomme. Quasi in den Alltag. Ähm. Und deswegen. Dachte ich. Wäre vielleicht bei dir auch so. Aber stimmt. Du warst ja dann Samstag. Dann war der Sonntag vermutlich der Tag. Wo man dann einmal durchschnauft. Und einmal. So. Das alles Revue passieren lässt. Was ich bei der Gamescom immer krass finde. Oder bei Messen allgemein vermutlich. Aber. Auf so viel Messen bin ich jetzt nicht. Wie viele Leute man da in kürzester Zeit trifft. Und mit wie vielen Leuten man redet. Und. Und wie viele Hände man schüttelt. Also in ganz ganz kurzer Zeit. Irgendwie. In der Stunde sind das ja irgendwie. Teilweise. Zehn Leute oder so. Mit denen du. Die du dann irgendwie kennst. Oder auch kennenlernst. Und mit denen du über ganz verschiedene Sachen. Äh. Redest. Oder noch mehr Leute. Und. Das ist schon immer krass finde ich. Also das ist. Da wird man fast erschlagen von den ganzen Sachen. die dann irgendwie passieren. Wie viele Autogramme waren. Ne. Habe ich nicht gemacht. Aber. Ich fand das. Ich finde das absurd. Dass man von mir überhaupt eins haben will. Ja. Äh. Dann auch. Ja. Wie viele Leute dann da anstehen. Anstehen. Äh. An. Sich angestellt haben. So das wollte ich sagen. Und. Ähm. Ja. Hattest du so einen richtigen Tisch. Wo du dann gesagt hast. Okay. Hier Autogramme. Ja. Das war ja alles improvisiert. Ich hab das ja irgendwie. Hab damit jetzt auch nicht gerechnet. Also. Ich war ja da am Aerosoft Stand. Und. Ähm. Carsten hatte mich am Tag davor schon vorgewarnt. Er sei schon der eine oder andere am Stand gewesen. Der dann irgendwie auch. Also. Carsten ist der Entwickler von 0512. Ja. Und. Da sei der eine oder andere am Stand schon gewesen. Der danach gefragt hätte und so. Dachte ich mir schon. Okay. Ja. Gut. Ähm. Und. Dann. Hatten wir dann die Show. Und dann kam aber irgendwie einer nach dem anderen. Und da war dann tatsächlich auch ein Tisch. Ja. Und dann. Da war es der Lady. Hingestellt. Und dann. Hab ich das gemacht. Und dann äppte das so. Nach und nach ab. Aber es war schon irgendwie. Komisch. Weil im Alltag wird man damit ja nie konfrontiert. Und dann. Auf einem Fleck dann. Viele. Find ich schon. Aber. Randy hat da sicherlich mehr Erfahrung als ich. Ach. Ich bin nicht so beliebt. Dadurch. Dass wir ja unsere Abo treffen. So. Mit den TT LAN halt zusammen machen. Also gebündelt. Ist. Sind natürlich massiv Leute da. Und es wird halt von Jahr zu Jahr auch mehr. Aber. Wie viele waren denn dieses Jahr so da? Pff. Gezählt habe ich nicht. Aber definitiv mehr wie letztes Jahr. Gut. Dalu baut ja auch. Ich weiß auch nicht wie viel. Wie letztes Jahr. Da war es so gefühlt. Gefühlt. Woah. 100. 200. Ja. Lass das mal so in die Dreherum gewesen sein. Na. Und. Da machen wir ja schon. Krass. Da machen wir schon nichts offizielles. Also. Und das ist ja dadurch, dass da ja seine Reichweite jedes Jahr knapp 100.000 Leute mehr erweitert wird es natürlich jedes Jahr mehr. Ja. Und. Das ist ja wirklich nur dann. Oder sie zentral. Also wenn der so rumläuft und so weiter und so fort. Da kommen ja auch ständig Leute. Und. 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 Dalu. Ja. Und. Dadurch verstanden. Achso. Ja. Nur bei dadurch war es dieses Jahr dann auch deutlich mehr. Also man. Hat dann schon gemerkt dass er. Ja. Bekannter geworden ist. Und. Da ist ja natürlich dann schon was anderes. Und wenn die dann alle halt auf eben Fleck sind. Und so weiter und so fort. Und. Klar. Viele wollen nur zu ihnen. Aber es wollen auch extrem viele halt zu allen. Die in der Gruppe halt sind. Weil wir halt als Gruppe einfach auftreten. Na. Und somit hast du dann natürlich dann schon auch genug zu tun. Das ist ganz klar. Hm. Das ist ganz klar. Verstehe ich. Ja. Gott sei Dank habe ich mich vor zwei Jahren auf meine Unterschrift geeinigt. Dass ich meinen Namen nur noch abkürze. Was willst du denn bei Randy noch abkürzen? Nein. Ich unterschreib doch nicht mit Randy. Oder schreibst du mit Ansgar? Ja. Oh. Okay. Aber ich habe auch. Das war auch. Also ich war da wirklich absolut gar nicht drauf vorbereitet. Und deswegen. Ich habe keine Unterschrift. Keine richtige. Also ich habe dann einfach Ansgar geschrieben. Aber. Werner. Was würdest du denn schreiben? Boah. Ist eine gute Frage. Also ich muss mir da. Ich muss mal die nächsten. Ich habe mir da nicht so Gedanken darüber gemacht tatsächlich. Ja. Macht. Macht man sich halt genau. Nein. Warum auch. Also. Naja. Aber es ist ja jetzt auch nichts weltbewegendes. Aber ja. Ich habe da immer Ansgar geschrieben. Oh so. Naja. Ich hatte halt immer. Ne. Halt. Ne. Kanalname. Und. Das hatte ich ein paar Mal. Also vorher mal ausgeschrieben. Hab dann gemerkt. Gut. Bei meiner Schrift. Da braucht man da manchmal so ein T-Shirt. Eine große 4XL. Bis das alles drauf passt. Und somit sind es halt die Initialien geworden. Und ein lächelnder Smiley. Der symbolisieren soll. Hey. Ich lächle. Auch wenn das öfters nicht so aussieht. Alles klar. Fuhre Begeisterung. Ich merke schon. Ja. Ich finde das klasse. Ja. Das ist wunderbar. Das ist so genial. Hab ich. Naja. Der Emotions jetzt Player. Mit diesen Worten. Verabschieden wir uns. Für diese Woche. Und hoffen. Dass ihr dann morgen pünktlich zur Bierproduktion wieder einschaltet. Bis dahin. Jo. Danke. Ne. Bis dahin. Wir machen doch nicht Schluss. Gib's nochmal einmal auf die Fresse hier. Für den unfällig. Was habt ihr denn schon wieder gemacht? Komm, geh weg, Junge. Der unfähigste Fahrer EU-Westfertiger. Ja. Komm, zieh Leine, Junge. Zieh Leine. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschödelü. Tschödelü.